Bhagavad Gita, Vers 4.6 Obgleich ich ungeboren bin und mein transzendentaler Körper niemals vergeht, und obwohl ich der Herr aller fühlenden Wesen bin, erscheine ich dennoch in jedem Zeitalter in meiner ursprünglichen transzendentalen Gestalt. Erklärung Der Herr hat über die Besonderheit seiner Geburt gesprochen. Obwohl er wie ein gewöhnlicher Mensch erscheinen mag, erinnert er sich an all seine zahllosen vergangenen Geburten, während sich ein gewöhnlicher Mensch nicht einmal an das erinnern kann, was er vor ein paar Stunden getan hat. Wenn jemand gefragt wird, womit er einen Tag zuvor zur gleichen Zeit beschäftigt war, fällt es einem gewöhnlichen Menschen sehr schwer, sofort eine Antwort zu geben. Er müsste sicherlich sein Gedächtnis durchforschen, um sich zu erinnern, was er einen Tag zuvor zur gleichen Zeit getan hat. Und dennoch wagen viele Menschen zu behaupten, sie seien Gott bzw. Krishna. Man sollte sich jedoch von solchen unbedeutenden Behauptungen nicht irreführen lassen. Als nächstes erklärt der Herr seine Prakriti, seine Gestalt. Prakriti bedeutet sowohl Natur als auch Svarupa, die Gestalt des Lebewesens. Der Herr sagt, dass er in seinem ursprünglichen Körper erscheine. Er wechselt seinen Körper nicht, wie das gewöhnliche Lebewesen, das von einem Körper zum anderen wandert. Die bedingte Seele mag in einem Leben eine bestimmte Form des Körpers haben, doch im nächsten Leben erhält sie einen anderen Körper. In der materiellen Welt besitzt das Lebewesen keinen bleibenden Körper, sondern wandert von einem Körper zum anderen. Der Herr jedoch wechselt seinen Körper nicht. Wann immer er erscheint, erscheint er durch seine innere Energie in seinem stets gleichen ursprünglichen Körper. Mit anderen Worten, Krishna erscheint in der materiellen Welt in seiner ursprünglichen ewigen Gestalt, mit zwei Händen einer Flöte haltend. Er erscheint, wie er ist, in seinem ewigen Körper, unberührt von der materiellen Welt. Obwohl er immer im gleichen transzentralen Körper erscheint und der Herr des Universums ist, scheint es dennoch, als würde er wie ein gewöhnliches Lebewesen geboren. Trotz der Tatsache, dass Shri Krishna vom Kind zum Knaben und vom Knaben zum Jüngling heranwächst, wird er doch erstaunlicherweise niemals älter als ein Jüngling. Als die Schlacht von Kurukshetra stattfand, hatte er bereits viele Enkel, das heißt, nach materiellen Berechnungen hatte er bereits ein hohes Alter erreicht. Dennoch sah er aus wie ein Jüngling von 20 oder 25 Jahren. Wir sehen niemals ein Bild, das Krishna als alten Mann zeigt, da er niemals alt wird wie wir, obwohl er in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Älteste in der gesamten Schöpfung ist. Weder sein Körper noch seine Intelligenz vergehen oder wandeln sich jemals. Daher ist es klar, dass er, obwohl er sich in der materiellen Welt befindet, immer dieselbe ungeborene ewige Gestalt voller Glückseligkeit und Wissen ist und dass sein transzendentaler Körper und seine Intelligenz niemals dem Wandel unterworfen sind. Er ähnelt in seinem Erscheinen und Fortgehen der Sonne, die aufgeht, vor uns am Himmel wandert und dann wieder unserer Sicht entschwindet. Wenn die Sonne außer Sicht ist, denken wir, die Sonne sei untergegangen. Und wenn die Sonne unseren Augen sichtbar wird, denken wir, die Sonne erscheine am Horizont. In Wirklichkeit jedoch befindet sich die Sonne immer an ihrem festgelegten Ort. Aber weil unsere Sinne fehlerhaft und unvollkommen sind, stellen wir über das Erscheinen und Fortgehen der Sonne am Himmel Überlegungen an. Und da das Erscheinen und Fortgehen Krishnas von dem eines gewöhnlichen Lebewesens völlig verschieden ist, ist es offensichtlich, dass er durch seine innere Energie ewiges, glückseliges Wissen ist und niemals von der materiellen Natur verunreinigt wird. Auch die Weden bestätigen, dass der höchste persönliche Gott ungeboren ist, aber dennoch erscheint es, als würde er in vielfältigen Manifestationen geboren. Auch die Schriften, die die Weden ergänzen, bestätigen, dass der Herr, obwohl er scheinbar geboren wird, niemals seinen Körper wechselt. Im Srimad Bhagavatam wird beschrieben, wie er vor seiner Mutter in der vierhändigen Form als Narayana erscheint, der mit den Zeichen der sechs verschiedenen Füllen geschmückt ist. Nach dem Vishwa-Koja-Wörterbuch ist sein Erscheinen in seiner ursprünglichen ewigen Gestalt seine grundlose Barmherzigkeit. Der Herr ist sich all seines vorangegangenen Erscheinens und Fortgehens bewusst. Ein gewöhnliches Lebewesen jedoch vergisst alles über seinen vergangenen Körper, sobald es einen neuen Körper erhält. Er ist der Herr aller Lebewesen, weil er wunderbare menschliche Aktivitäten offenbart, während er auf dieser Erde weilt. Daher ist der Herr immer die gleiche absolute Wahrheit und es besteht kein Unterschied zwischen seiner Gestalt und ihm selbst bzw. zwischen seinen Eigenschaften und seinem Körper. Es mag sich nun die Frage stellen, weshalb der Herr in dieser Welt erscheint und wieder fortgeht, Dies wird im nächsten Vers erklärt.